Ich habe manchmal Töpfe überkocht oder Sachen, die auf den Boden fallen. Also bei mir ist schnell mal ein riesiger Chaos gekocht. Ich muss ehrlich verstehen, dass sie mich noch nie eingeladen hat und das wird aber schon einen gewissen Grund haben. Ich habe meine Knoteliere. Danke sehr vielmals. Bei uns in der Kochen brauchen wir jeden Tag, egal ob Püree oder Suppe oder irgendetwas zu kleinere. Ich habe gesehen, was man alles mit dem Gerät machen kann und freue mich mega. Ich war sehr überrascht, ich habe das anders erwartet als mit dem Thermomix geplapptes. Von mir anfänglicher Skepsis hat sich das in das Positive reingetragen mit dem Thermomix. Sensationell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017